Prima.com verstärkt Präsenz in der Innenstadt. Am Dienstagvormittag wurde in der Nikolai-Straße ein neuer Prima.com-Shop eröffnet. Kunden und die, die es werden möchten, haben nun eine neue Anlaufstelle direkt im Zentrum. Nun, als Leipziger Unternehmen möchte man natürlich auch in Leipzig präsent sein. Und aus dem Grunde haben wir uns entschlossen, hier einen zusätzlichen neuen Prima.com-Shop in Leipzig zu eröffnen, hier in der Nikolai-Straße, da wo ein Großteil der Leipziger nun auch morgens und abends vorbeigeht. Hier werden natürlich unsere Basisprodukte, Fernsehen, Internet, Telefonie angeboten. Wir haben hier einen kostenfreien WLAN-Hotspot. Wir werden übrigens auch demnächst einen kostenfreien WLAN-Hotspot auf dem Markt haben, wo jeder ihn nutzen kann. Verschiedene Mehrwertdienste wie Pay-TV, interessante Serien, Programme, die man sonst normalerweise nicht im deutschen Fernsehen sieht. Und wie gesagt, unser Schlagerprodukt, das 3er-Paket mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde, Telefonie mit einer Flatrate und natürlich 48 HD-Programm. In naher Zukunft sollen noch weitere WLAN-Spots der Prima.com im Stadtgebiet dazukommen. Kunden des Kabelnetzbetreibers dürfen diese dann umsonst nutzen. Alle anderen können nach kurzer Registrierung eine halbe Stunde lang kostenlos surfen.